Yo, hi Leute, hier ist Pitbull. Wir gucken uns heute mal Notruf 2 Showroom an. Einfach nur geil. Einfach mal reinschauen. Ich hab schon einen richtigen Hype dafür, absolut. So, guck mal. Da haben wir einen ELW. Wie sieht der aus? Genauso wie bei Notruf 1.2. Ganz normal. Okay. Auf jeden Fall ist nicht schlecht gemacht. Jetzt kann man wenigstens ein bisschen mehr machen, wie ich es gehört habe. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. So, wir machen mal kurz hier Blaulicht aus. Machen mal die Lampen an. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt machen wir das Ding mal komplett zu. Auch ziemlich nice. Blaulicht an. Natürlich geil. So, gehen wir zum nächsten Fahrzeug. Wir haben es noch, glaube ich, in einer anderen Farbe. Im Blau. Im Blau kommt es so übelst geil. Mir gefällt dieses Blau. Das harmoniert so richtig. Gut. Wir gehen zum nächsten, Leute. Da haben wir jetzt noch hier, ähm, LF24. Kennt ihr alle noch? Da hatte ich auch nie wirklich viel verändert daran. Das ist immer noch dasselbe. Jetzt kann man sogar hier, nein, zoomen. Ist auch geil. Jetzt bin ich in der Feuerwehr drinne. Oh mein Gott. So, dann machen wir mal Blaulicht dann. Was mich freuen würde, Leute, wenn der Multiplayer wirklich funktionieren würde. Nee, dass dann wieder irgendwelche Bugs entstehen oder sonst irgendwas. Wäre echt schlimm. Aber so, einfach nur geil. Gefällt mir. Machen die mal auf. Gucken da mal rein. Hä, reinsetzen mich. Auch ziemlich nice. So, haben wir hier draußen. So, passt. Gut, dann gehen wir, gucken wir mal, in Blau auch nochmal an. Für THW. Hat auch was. Sieht auch nicht schlecht aus. Würde ich auch fahren. Kein Problem. So, gehen wir gleich zum nächsten wieder. Da haben wir jetzt einen TLF. Den kennen wir ja genauso immer noch, wie er war. Auch ziemlich cool. So, den machen wir auch auf. Kein Problem. Zack. Was haben wir hier Schönes? Na, sieht man auch nicht wirklich viel. Ist nicht schlecht. So, gucken wir mal in Blau an. Okay, den kann man nicht in Blau angucken, oder? Ne, den gibt's gar nicht. In Blau. Schade. So, egal. Gehen wir weiter. Gehen wir zum nächsten. Gehen wir zur DLK. Da haben wir die DLK. Sieht euch auch. Richtig schön aufgebaut wieder. So, Blaulicht an. So, jetzt machen wir so mal die Tore auf. Und los geht's. Es wird in mir aber richtig nice, wenn das Spiel rauskommt. Und alles funktioniert. Vor allen Dingen der Multiplayer. Das ist mir das Wichtigste von allen. Der Multiplayer. Okay. In Blau. Sieht ein bisschen blöd aus. Weil hier noch alles rot ist. Gefällt mir gar nicht so. Das hätten sie wirklich komplett am Blau machen müssen. Und nicht so wie jetzt gerade eben. So, gehen wir gleich zum nächsten Fahrzeug. Das ist das Kev-Fahrzeug. Wir kennen's alle. Das war ein DLC-Fahrzeug gewesen. Was ich halt nicht wirklich jeder leisten konnte. Weil ich auch ziemlich schade fand, dass es nicht jeder bekommen konnte. So. Dann gucken wir uns den Blau an. Okay, geht auch nicht in Blau. Auch kein Problem. So, machen wir an. Und wir machen mal das Fahrzeug auf. Wir kennen's alle noch. Das Kev-Fahrzeug. Ich sage nur, Baumsäge. Irgend so ein Zeug. Ein Ast auf der Straße. Und, und, und. Waren schon geile Zeiten. Muss ich echt sagen. Damit hat mein YouTube-Kanal mehr oder weniger begonnen. Kann man sagen. Auf jeden Fall ziemlich nice. So, dann gehen wir zum nächsten Fahrzeug. Das ist der RTW, Leute. Den kennen wir auch. Den kennen wir aber nur von außen. Den kennen wir nicht irgendwie von innen oder sonst irgendwas. Und jetzt soll es ja sein, dass wir das Fahrzeug nutzen können. Was ich zwar noch nicht, ähm, ja, glauben kann. Aber es soll so sein. Okay, wir machen das Ding mal auf. Gucken mal rein, was da alles drin ist. Zack. Da sind wir drin. Gucken wir mal hier vorne erstmal rein, wie das aussieht. Ja. So, jetzt. Das ist das RTW-Fahrzeug. Wenn es wirklich funktionieren sollte, dass man das nutzen kann, wäre es natürlich eine richtig geile Sache. Mal das RTW rumzueiern. Das wäre auf jeden Fall schön. So, Blue geht auch. Nee, es muss. Dann gehen wir mal zum, zum ELW. Den haben wir gehabt. Im Blau schon. Genau. Haben wir schon angeguckt. Und das sind jetzt die Fahrzeuge erstmal so jetzt im Showroom. Wie gesagt, Leute. Wenn ihr euch das gefallen hat, dann schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Hashtag Hype. Und dann, ja, wenn ihr Fragen haben sollt, dann schreibt sie mir auch. Und dann würde ich sagen, bis später, meine Freunde. Ciao. Ciao. Ciao.